so hallo liebe freunde und heute spielen wir landwirtschaft simulator 2017 und wir haben hier den coolen blauen trecker von faltra mit einem fetten großen anhänger und jetzt fahren wir mal ein bisschen rum und check mal so die lage ab ich zeige euch auch andere traktoren so die gegend welche traktoren hier noch so rum stehen und wir fahren rum eine frau aus am steuer an einem traktor ich weiß es ist es könnte gefährlich sein aber trotzdem lassen wir die mal in ruhe fahren und checken wir mal alles ab so und zwar einmal schön rückwärts hier nach links mal dran vorbeifahren vielleicht packen wir packen wir gleich neben diesen trecker ja wie gesagt also bitte passt etwas auf wenn du fährst so sie fährt ein sie fährt ein bisschen rum und jetzt packt sie und sie hat eingebaut oder doch nicht fahren wir mal weiter ich zeige euch noch paar andere örtchen und andere traktoren in diesem feld das nur ein kurzer einblick auf unsere traktormesser hier findet ihr trailers große traktoren kleine traktoren anhängers ganz egal hier ist einfach alles alles auf ein schön frisch gemähten feld wir sind dagegen geknallt schön rückwärts ja die grafik fehler die sind ja immer wieder genial die hier teilweise stattfinden so schön dran vorbei an diesem gestellt einmal rumfahren so einmal hupen ohne er zeigt euch diesen blauen mit schön doppelt bereifung der kann aber ziehen da sag ich auch er zieht ja dinosaurier kann er sogar ziehen groß stark und massiv ein cooler traktor der ist auch richtig flink der hat was der hat was unter der haube da sag ich euch schön hier 500 ps kennt ihr das ried und er hat 500 ps so dieser hat aber noch mehr dieser traktor hat mehr ps als einer urgini ja freunde das war es eigentlich für dieses video ich wünsche euch alles gute und im nächsten video zeige ich euch noch mehr ciao ciao und